recht herzlich willkommen zur folge nummer 43 von towns ja der michael hatte geschrieben ich sollte mal nicht mehr so viel bauen sondern erst mal das abbauen lassen und gucken dass es dann vielleicht mit der happiness auch besser wird genauso ist es 21 von 32 das schauen wir mal dass es läuft ja hier unten ist schon was gebaut weiß gar nicht was das daneben wäre gute frage also hier sind blumen das ist klar oder sowas in der richtung deko da wird das dach gebaut hier sollen noch tonnen die noch nicht da sind da kommt noch wieder ein deckenstein das passt ja dann auch hier oben haben wir schöne sachen hingebaut hier ist die hafe und das auch schon hingekommen das passt dann ja auch hier unten statuen stehen auch schon ein paar da das ist ja wunderbar ein paar viele sogar die sind ja richtig gemacht worden das ist ja krass ja gar nicht mit gerechnet dass da jetzt so viele gebaut sind okay hier hinten fehlt natürlich an platz für die beerdigung und die mache ich auf jeden fall noch weil das wäre jetzt glaube ich so positiv wenn die irgendwo anders rumliegen da da und dort ja das war die steuerungstaste es muss aber die schiff taste sein so da haben wir ein paar mehr gemacht das ist auch okay so wie sieht sonst so aus alles prima naja denke ich mal schon kann man wieder nach oben weitergehen der holt den stein von unten und legt ihn ins lager soldaten haben wir keine hier wollte ich noch mal rein gucken nee das hatte ich letztes mal schon geguckt naja ja das passt ja alles was macht die preo kann man so lassen wie sieht es mit dem essen aus wir haben vier brote drei äpfel vier bieren also ist das alles okay die nacht ist auch schon da hier wird schön gemacht gegessen produziert alles wunderbar essens produktion läuft gut ne und es ist 22 hier oben fehlt nur ein steiner ist die decke auch dicht naja ich würde jetzt gerne aber darf ich ja nicht scherz mehl ist genug da auch hier wird eingelagert brot und apfel zwei brote da ist nix drin weiß nicht ob da was steht ich glaube ja barrels sind das hier aber die dürfen nix aufnehmen machen wir da mal das mehl rein was da schon überall rum liegt oder da kommt's getreide rein dann machen wir dann zweites fass auch mit getreide und hier noch mehr mail und das letzte fass was kommt da rein irgendwie rohes fleisch was ist das zucker ne fisch nicht das kann dann noch ein lassen und das kommt dann da rein dann passt das schon haben wir sowieso nicht im ende am ende da wird gerade holz geschlagen jetzt hier fehlt näher da sind auch schon drei deko sachen ich glaube die waren vorher noch nicht da 21 happiness aber geht voran oder hier hat man den berg noch ausgewählt na wie weit ist denn das näher mal gar nicht das ist der falsche berg das der richtige berg ok ok da ist schon alles weg ja ist aber alles ok da ist wieder einen an den statuen vorbeigegangen happiness liegt bei 22 das ist aus maximum hier ist nichts mehr zu bauen hier muss noch gebaut werden und hier unten irgendwie kommt es mir manchmal vor als ob die gar nicht wissen wo sie noch bauen müssen als ob das irgendwie ein bug im spiel ist da wird auch noch was hingebaut wahrscheinlich und da sind sie alle am essen ist der eine schon gemacht ja hier fehlt auch noch was keine ahnung wahrscheinlich auch ein depo stück was machen sie jetzt hier keine ahnung was er da gerade geholt hat was macht baut er rüstung haben wir ja vielleicht sollten wir hier mal das machen bei allen ich weiß nämlich gar nicht mehr bei dem was gemacht haben nicht ich hoffe es ist jetzt bei allen auf jeden fall ausgewählt ja sie gehen auch und tauschen hier was mal jemand sieht macht also sinn ja da hat sich einer den kompletten hat weggelegt und hat sich was anders geholt auch gut wo geht der jetzt hin ah der holten busch das heißt es wird irgendwo wieder deko gemacht wahrscheinlich hier so eine blume können wir hier sogar sehen ja und die war es auch wo geht er jetzt hin müssen was essen geht so aus happiness 26 27 steigt gerade das doch schön fehlen nur fünf um neue mitbewohner zu bekommen auch ok ok da läuft einer lang der läuft bestimmt und macht wieder ein ding ins oder warte das wird jetzt auf jeden fall holz geholt ist das eine holzschale die da drunter ist keine ahnung ich denke man erholt wieder einen busch genau so ist es dann ist das deko hierfür kann sein ist so ja wunderbar wird er noch mal holz ne macht jetzt was anderes oder holt einen stein das kann auch sein ne geht in den keller aber er weiß was er da macht da ist ein hero ok der hat gerade einen sarg gemacht interessant die plätze schon weg nein aber das ist doch ein held oder habe ich das jetzt falsch gesehen na helden begraben auch helden oder wie sehe ich das hier ist keiner drinnen ich glaube hier muss noch eine kerze auf jeden fall hin und hier außen auf die vier ecken kommt auch eine kerze wahrscheinlich da hat er hat da wird wieder was gemacht macht die happiness 23 ist gerade nicht so hoch hier tut sich nichts ändern das sind immer drei fässer die da fehlen hier unten sieht es auch nicht nach mehr aus hier hat sich da was getan ich glaube nicht aber kommt eine kerze gerade ok geht schlafen der geht irgendwo über den tisch an wände und geht aber auch schlafen 21 da ist wieder einer am holz holen das heißt es wird wieder irgendwo was gebaut zwei machen es diesmal sogar noch mal holz noch mal holz noch mal holz noch mal der zweite holz der muss erst den baum fällen komisch na ja na ja der ist ganz müde sollte vielleicht mal erschlafen gehen bevor er noch irgendwas macht ne vielleicht kippt er um jetzt lässt er den stock fallen oder und geht er schlafen keine ahnung was er jetzt gemacht hat wo geht er denn jetzt noch hin versteht keiner ach der hat den dahin gebaut alles klar und jetzt geht er wahrscheinlich schlafen das konnte man nicht sehen dass das hier so ein goblin polis so was bauen wir jetzt hier ist ein stein geholt worden wenn die karabane kommt können wir weiter laufen lassen happiness ist 30 gibt gleich was alle glücklich und zufrieden ne nicht alle aber viele so jetzt ist die karawane da und was hat die für uns die hätte wenn waffen nur waffen ne auch andere sachen holzartikel sind das im endeffekt und ja komm hier kann er alles haben geld tauschen ja weg damit und weiter das bringt mit dem natürlich die sachen erst alle her aber ist nicht schlimm fünf stück noch vier das liegt ja alles glaube da oder doch nicht es muss noch wann das was sein wohl drei wohl zwei genau so ist es und hier muss noch zwei schwerter sein die liegen wahrscheinlich unten im labyrinth das wird schwierig wenn die da aber naja ist egal happiness 31 einer fehlt noch oh guck mal hier ist noch ein fass hingekommen naja das ist aber nur ein falsches fass hingesetzt naja ist aber egal lass die deko da stehen passt schon immer noch zwei kurzschwerter ich glaube da kommt aber das erste schon oder ne läuft vorbei happiness fällt gerade runter drei helden wo wird jetzt das schwert weg geholt ne da wird eine harfe durch die gegend getragen okay die kommt da vorne hin das ist ja gut so zwei schwerter werden immer noch gebraucht wer kümmert sich da drum ich sehe niemanden der hier irgendwas in der richtung tut schwere frage wo das liegt ne diese person das geholt könnte sein sieht man jetzt nicht sieht man jetzt nicht oder die beiden da war glaubt was zu sehen wenn es denn dass es schwert war ja kommen die jetzt hoch mit den schwertern gute frage ne ja oder war es ist doch nicht ja er läuft rein das heißt ein schwert ist schon mal unterwegs gewesen und eins müsste noch kommen das lag da irgendwo im keller in irgendeiner ecke ja jetzt mal gucken dass das auch noch da hinkommen hier ist nichts dazu gekommen bis auf dieser goblin pole hier schon eine laterne mehr aber sonst nix an den drei fässern fehlt jetzt hier waren ja nur noch zwei und nicht mehr drei 30 happiness ok der hält sich jetzt hier auf hm wann kommt jetzt nur dieses schwert oh da wird wieder jemand beerdigt kommt da jetzt das schwert nein der läuft nebenher noch eine beerdigungsaktion welchen platz haben wir denn dann noch frei vierer dann noch ok ne nur noch drei sieht so aus als ob wir da auch noch nachlegen müssten ne machen wir mal besser karavan ist noch da karavan ist noch da irgendwer muss das eine schwert noch holen gebastelt wird grad nix happiness 30 hält ruht sich hier aus hält ruht sich hier aus da wird wieder was gebaut oh da liegt eine fackel nochmal was geholt gut ach der händler ist weg ja wird wahrscheinlich hier noch eine kerze gebaut werden oder ja ja keine ahnung müssen wir beim nächsten mal gucken gut dann würde ich erstmal sagen soll es wieder reichen für die folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss